Es geht gut, es hat Spaß zu der Mannschaft, Training und Spiel. Alles hat mir gut und es ist schwer, aber es hat mehr Spaß dann schwer. Es ist ein hartes Spiel gegen Lengu, es ist eine gute Mannschaft, aber ich hoffe, dass wir gewinnen und wir spielen ein gutes Spiel. Man muss ein hartes Spiel machen, ein sehr hartes Spiel und wir stehen zusammen und alle haben ein gutes Spiel und wenn alles gut spielt, dann sind wir gut. Es ist sehr Spaß in der Arena, wenn du spielst und so weiter mit den Fans. Alle Fans sind so nett und das ist sehr, sehr gut.